Ja, meine Freunde, jetzt nochmal am Abend ein ganz kleines Update und zwar Werder in intensiven Gesprächen über Gruhefwechsel. Dieser Artikel kam gerade eben raus, ich war nur selber noch live auf dem Bundesliga-Kanal, Nive, und hab mir das Spiel Hamburg gegen Hertha reingezogen und hab jetzt gerade eben diesen Artikel dann gelesen und mach für euch jetzt nochmal dieses Abend-Update hier. Ja, dieser Artikel kam gerade eben raus, wir schauen uns ihn zusammen an, sagen ein paar Sachen dazu. Ihr könnt natürlich gerne schon mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Jetzt habt ihr ja auch Linden gesehen am Freitag, also gestern, oder je nachdem wann ihr es halt seht, aber am Freitag habt ihr ja Linden auch noch gesehen. Unser Neuzugang auf der Sechs, ihr habt auch wieder gesehen, Gruhef wurde auch wieder nicht eingewechselt, war zwar diesmal Kaderoption, aber würdet ihr LIA Gruhef denn überhaupt abgeben? LIA Gruhef abgeben und wenn ja, für wie viel würdet ihr ihn denn abgeben? Auch heute hatte ich ein Video gemacht, wo wir mal so ein bisschen durchgegangen sind, wen könnte man denn eigentlich verkaufen, wer könnte auf dieser Verkaufsitz überhaupt stehen? Da müssen wir natürlich gleich nochmal zumindest in dieser Position nochmal drüber kurz quatschen. Ihr könnt natürlich hier gerne diesen Kanal auch unterstützen, indem ihr ein Däufchen da oben gebt, vor allen Dingen um so eine späte Uhrzeit nochmal dieses Update jetzt und gerne hier ein Abo dalasst. Vielen lieben Dank, meine Freunde und auch Danke, wollte ich einfach mal allgemein sagen, an so viele Leute, die immer wieder auch unten kommentieren, so gut wie jedes Video ja auch. Also wirklich, da geht ganz, ganz viel Liebe raus. Ich freue mich dann immer abends eure Kommentare durchzulesen und auch, wie auch miteinander euch austauscht. Wie gesagt, solange keine Bleiung und so weiter, das auf einem neutralen Weg ist, ist das alles immer prima. Dafür soll ja der Kanal auch da sein, dieser Austausch, dass er gegeben ist. So und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt rein. Ich zeige euch erstmal in den Artikel, der hier rauskam. Werder, in intensiven Gesprächen über Grua-Wechsel. Mittelfeldspieler zieht es womöglich ins Ausland. Knackpunkt ist wohl die Ablösesumme. Ich werde euch den Artikel hier unten reinmachen. Wir gehen aber direkt mal auf Grua-Spielerprofil und dann erzähle ich euch ein bisschen was darüber. Denn wir wissen ja schon ein paar Sachen. Also, wir wissen Folgendes. Es gab vor ungefähr einer Woche einen Artikel von der BILD, die geschrieben hatten, dass Werder ein Angebot von drei, vier Millionen abgelehnt haben soll. Und dann gab es ganz viel Spekulationen. Dann war er nicht im DFB-Pokal-Kader. Dann hat man schon gesagt, Werder ist am Verhandeln und da liegt ein Angebot vor. Dann hat sich Clemens Fritz aber auch dazu geäußert gehabt und gesagt, wir haben kein Angebot abgelehnt. Und wir haben auch kein Angebot aktuell vorliegen bei Ilja Ruev. Und er hat dann gesagt, dass man aufgrund bei Linden im Kader war, Ruev für den Spieltag nicht mitgenommen hat sehr. Jetzt wissen wir aber auch, Ruev war jetzt gegen Bayern zwar mit im Kader, aber hat auch wieder keine Optionen gehabt. Das heißt, es wurde weder eingewechselt, noch gab es irgendwie so diesen Gedanken, jetzt Ruev zu bringen. Also klar ist, dass Grosso vor ihm steht und Linden vor ihm steht. Grosso als Einwechselspieler vor ihm steht und Linden in der Startelf vor ihm spielt. Natürlich kann Ruev auch auf der Acht spielen, aber scheinbar sieht man da einfach andere Spieler. Jetzt kommt noch hinzu, dass auch ein Nabi Keita und ein Wolzemade, wenn die beide fit sind, wahrscheinlich auch beide noch mal ein bisschen vor Ruev stehen, weil Keita ist klar, also da brauchen wir nicht drüber reden, das steht auch in der Startelf. Auf der Achterposition, wenn wir über die Acht allgemein im Mittelfeld reden, das heißt aber auch eine Kaderposition muss gestrichen werden, höchstwahrscheinlich aus dem Mittelfeld, daher würde Ruev weiter nach hinten rücken. Und bei Wolzemade kann man immer diese Option sehen, ja, du kannst ihn auch nach vorne bringen, aber eben auch als Achter. So, und das ist halt auch wieder dann vielseitig einsetzbar. Naja, im Artikel steht auf jeden Fall, dass man ausschließen kann, beziehungsweise, dass es aktuell, weiß man nicht genau, mit wem Werder da am Verhandeln ist, aber man kann wohl ausschließen, dass es innerhalb der Bundesliga, es soll wohl wirklich ins Ausland gehen. Und Ilja Ruev wäre wohl auch bereit dazu, dieses Auslandsabenteuer zu starten, zumindest wird so geschrieben. Und wir wissen ja, dass es vor einem Jahr schon mal Interesse gab von Ajax Amsterdam. Und dort ist ja der Sechser weggebrochen mit Alvarez. Das heißt, natürlich ist der Gedanke grundlegend da. Die haben das Geld, die suchen auf der Sechser-Position Verstärkung, suchen allgemein noch mehrere Positionen auf Verstärkung und wollen natürlich dann auch demnächst zuschlagen. Und da könnte natürlich Ruev auch ein Kandidat sein. Zumal die auch, übrigens mal ganz by the way, seht ihr auch hier nochmal, zumal Ajax auch noch einen Linksfuß im Idealfall sucht, im Sechserbereich, im allgemeinen defensiven Bereich. Und da passt natürlich Ruev super ins Profil. Auch hier ist Ajax wieder am Steigen. Wahrscheinlich jetzt auch nochmal der Artikel so ein bisschen mit reingespielt. Ja, und jetzt kommt das Nächste. Werder hat ja gesagt, okay, Linksteiger-Position machen wir auf jeden Fall noch was. Aber wenn man Ruev zum Beispiel verkaufen würde, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man das Geld nochmal reinvestieren würde, auch in den Kader. Das heißt, wenn du für Ruev vielleicht eine Summe bekommst, von im Artikel geschrieben, ab 5 Millionen würde man ihn ziehen lassen. Von wirklich 5 Millionen könnte es auch sein, dass sie doch nochmal auch in der Defensive noch einen Neuzugang holen werden. Vielleicht jemanden, der Außenverteidiger und eventuell Innen kann, wäre ja zumindest mal eine Option, sowas in Betracht zu ziehen. Zumindest, wie gesagt, im Artikel wird geschrieben, dass Werder eben bereit wäre, ihn auch abzugeben, aber nur, wenn die Ablöse passt. Und das soll wohl auch der Knackpunkt sein. Der Knackpunkt ist absolut die Ablösesumme. Und ja, daran wird es halt eben am Ende stehen und fallen, ob man die irgendwie erreichen kann oder halt eben nicht. Jetzt gibt es natürlich auch wenig Spieler, wo du sagst, okay, die können Innen- und auch Außenverteidiger spielen. Im Idealfall müsste man ja vielleicht so einen sogar holen. Jemand, der vielleicht rechts spielen kann und auch innen spielen könnte. Wäre ja eine Option. Dann ist auch eine Frage, wer gibt so einen Spieler aktuell ab? Oh, Freunde, da weise ich einen. Und den will ich gleich auch nochmal kurz hier reinbringen und vorschlagen. Aber vorher möchte ich, wie gesagt, nochmal daran erinnern. Schreibt doch mal rein. Würdet ihr Ruev auch zum Beispiel für 4 Millionen gehen lassen, wenn die 5 nicht bezahlt werden könnten? Und wohin sollte das Geld reinvestiert werden? Was ganz krass wäre, wenn man Ruev abgibt und am Ende trotzdem nur ein Linksverteidiger kommt. Da wird aber auch Werner mächtig unzufrieden sein, glaube ich. Der ja allgemein auch, also das klang jetzt nicht so, als ob er damit zufrieden wäre, wenn nur ein Linksverteidiger kommt. Hat Verstärkung gefordert und hat auch immer wieder eigentlich, in allen, was er eingesprochen hat, in der Mehrzahl geredet. Positionen, wo wir Bedarf haben. Mehrere Baustellen im Kader. Also es war nie klar rauszuhören, wir suchen nun noch ein Linksverteidiger, es kommt noch ein Linksverteidiger, dann sind die Kaderplanungen abgeschlossen. Nicht einmal. Also Werner scheint damit nicht zufrieden zu sein. Und da wollte ich euch jetzt hier Richtung Ende des Videos sozusagen, wie gesagt, soll ein Abendupdate hier sein, was ihr euch gemütlich angucken könnt. Und nochmal hier, ja, vielleicht vorm Einschlafen einen kleinen Hinweis nochmal geben. Ich habe ja schon mal einen Spieler vorgeschlagen, der auch Rechtsverteidiger und Innenverteidiger kann. Der seine absoluten Stärken und auch Highlights-Videos übrigens, gibt es ja auch selten, dass du Highlights-Videos im nur defensiven Bereich hast, hast aber mit ihm absolute Zweikampfstärke. Ein sehr, sehr gutes Grundtempo, was er reinbringen kann. Rechte Außerteidiger und Innenspielen hat eine hervorragende Schulung gehabt. Also eine super fußballerische Ausbildung. Merkst du auch einfach, weil er trotz seines sehr breiten und starken Körpers technisch eben sehr versiert ist. Typisch Ajax-Jugend. Dann bei Manchester United damals weitergemacht. Und die Rede ist von Fosu Mensa, denn den möchte Leverkusen ja abgeben, beziehungsweise Fosu Mensa möchte auch gehen. Es gab ja auch Verstärkung bei Leverkusen. Fosu Mensa ist völlig außen vor, spielt absolut gar keine Rolle aktuell. Da hat Markel von zwei Millionen und noch ein Jahr Vertrag. Den solltest du günstig schießen eigentlich. Also wenn du einen Fosu Mensa verpflichten kannst, dann jetzt. Ich glaube, dass das wirklich so jemand sein kann, wenn du fünf Millionen für Guav einnimmst. Vielleicht kriegst du für drei Fosu Mensa zwei gegeben nochmal in die Schulden rein, die du dann als Mehreinnahme hast. Und somit holst du jemanden, der sowohl rechte Außerteidiger spielen kann, aber auch Innenverteidiger spielen kann. Hier sieht man auch nochmal sehr flexibel einsetzbar. Also rechts, rechts, innen, Sechser und linker Innenverteidiger. Wäre also demnach wahrscheinlich mit einer der, ja, für mich jetzt, ich will jetzt nicht sagen besten Kandidaten, aber auf jeden Fall mal ein guter Kandidat, um die Sache dann da irgendwie halbwegs gut über die Bühne zu kriegen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich auch viel von Ruhev halte. Ich glaube auch, dass er die nächsten Schritte noch gehen kann und dann auch wesentlich teurer werden könnte. Aber sagt er auch ganz klar, wenn Werner nicht auf ihn setzt, macht es keinen Sinn aktuell, ihn im Kader zu behalten und nicht einzusetzen. Und dann wird er eher sogar noch günstiger. Und dann geben wir den irgendwann wieder ab für gefühlten Apfel und ein Ei. Dann lieber jetzt das Geld machen, wenn es noch irgendwie machbar ist. Und Ruhev das Beste wünschen, das hat er dann auch verdient. Und dann ist gut. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn dann auch ein Grosso vorher eingewechselt wird. Ich persönlich hätte mich auch eher darüber gefreut, wenn dann auch ein Ruhev eingewechselt wird. Aber so ist es halt jetzt. So, jetzt aber eure Meinung unten rein. Das habe ich euch am Abend nochmal so lange aufgehalten. Wie gesagt, gerne einen Daumen hoch da oben, Kommentar da lassen. Bin sehr gespannt. Wünsche euch noch einen wunderschönen Restabend und ein wunderschönes Restwochenende. Und jetzt aber auch von meiner Seite aus. Ciao, ciao.